Der Livestream-Chat hat die Macht, mir zufällig, Items zu geben oder wegzunehmen. Wie lange wird es dauern, bis ich frustriert das Handtuch schmeiße? Das alles seht ihr im Video. Oh, guten Tag, der Herr! Bieten Sie mir etwas an? Oh mein Gott, ist das etwa ein kostenloses Abo beim Nummer 1 irrelevantesten Minecraft-Kanal? Damit logisch ist, hey ho! Herzlich willkommen, du lass n'n Like da oder ich lass all deine Items verschwinden. Warum ist Nikolas auf dem Server? Das macht mir Angst. Okay, mein Spawnpoint ist damit schon mal festgelegt. Warte mal, kann mir der Dirt vielleicht nicht weggenommen werden? Ist das so mein Safe-Dirt? Ui, ein Gerüst! MLG! Ach so, f***, das geht nicht, oder? Nur wenn man dann sneakt? Ja, wartet, ich hab ne Idee. So, uh! Ui! Geil! Ah gut, das bringt mir nichts. Ich hab gar nicht das Equipment, um das auszurüsten. Oh, ich hab nur noch zwei Herzen. Ihr seid echt großzügig. Ich bekomme mehr, als ich verliere. Schwarzer Trockenbeton. Das hab ich mir schon immer gewünscht. Ich hab als Kind mal Beton ins Auge bekommen. Boah, das war so... Traumatisierendes Erlebnis. Was such ich denn überhaupt? Nein! Jump-and-Run-Skills. Bin als Kind mal in Stahlbeton gefällt. Wie fällt man denn in Stahlbeton? Ich nehm das Bett jetzt einfach mit. Mann, es ist halt auch so doof in so nem... Also, das ist der beschissenste Anfang überhaupt. Komm ich hier irgendwo runter, ohne direkt zu sterben? Hab ich irgendwas, mit dem man hier arbeiten kann? Boah, bin ich nicht ein übelstes Mega-Brain? Geh weg! Oh, geil! Ein Räucherofen! Nein, ihr gebt einfach gerne. Ich find das schön. Erster Stream seit was? Zwei Wochen? Und ihr beschenkt mich? Das sieht man auch nicht alle Tage. Dass ich mal nicht auf die Fresse bekomme. Ein Diablock! Oh mein Gott, schnell verkraften! Geh weg, Creeper. Ah! Oh Mann, bin ich schlecht! Okay. Dann crafte ich mir jetzt eine Diamantspitzhacke. Oh mein Gott! Und eine Diamant-Axt. Nein! Nein! Ich konnte nicht einen Block damit abbauen! What a funny moment! Oh, was ist das? Schnee! Geil! Mein Holz ist weg, oder? Ich hatte doch Holz! So traurig! So traurig! Oh, ne Treffenstufe! Ja, mein Holz ist jetzt weg. Kann man den mit einer Holzpicke abbauen, den Räucherofen? Wirrwurzeln! Die wachsen auch in der Oberwelt? Ah, ich hab mal ne kurze Frage. Wenn es möglich wäre, dass ich auf Comment geschockt werden könnte. Also im Sinne von Elektroschocks im Stream mit Twitch-Comments. Wie fändet ihr das? Das wäre doch lit! Das ist doch krank! Das ist perfekt! Ich weiß, desto mehr Items ich hab, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir was, äh, also dass mir was Sinnloses weggenommen wird. Auf der anderen Seite, desto voller... Ey, ist doch gerade was dissipiert, oder? Man kriegt da übelste Paranoia! Also desto mehr Slots theoretisch gefüllt sind, glaube ich, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass der andere Slot gecleanet wird. Aber wenn mein Inventar natürlich voll ist, dann kriege ich auch nichts mehr. Das ist ja dann auch wack. Ach, die Dias sind auch verschwunden, die ich noch hatte. Cool, die sind einfach dissipiert. Wisst ihr, da freut man sich einmal, da hat man einmal was Tolles im Leben und ihr nehmt es einem wieder weg. Wisst ihr eigentlich, wie schmerzhaft mein Leben als Minecraft-Youtuber ist? Hier seht ihr, mein Holz ist langsam dissipiert, oder? Eisen wird schwer, oder? Ich hab Glück. Ach, jetzt kann ich das mit dem MLG nochmal austesten. Funktioniert das, wenn man dabei sneakt, oder wie geht das? Ey, das funktioniert! Oder hab ich mir das eingebildet? Das ist nice. Also ich hatte so im Kopf, dass man in Gerüsten keinen Schaden bekommt, aber das ist wirklich nice. Muss ich mir aufheben, hoffe ich mal, das Ding wird mir nicht gecleared. Hm, ich mir eine neue Werkbank. Weil meine Werkbank ist ja anscheinend weg. Drück Alt-F4, den Witz hatten wir hier schon so viele Male, der wird einfach alt. Ich hab doch sogar schon zweimal meinen PC runtergefahren im Stream. Ich werde alt? Nein. Jetzt tut nicht so, als ob ich total alt bin und gleich wegsterbe. Was ist das denn? Solange ich noch meine Diapick habe, ist alles gut. Du wirst alt, F4. Na dann schmeißen wir direkt wieder den Stream an. Ohne Facecam war besser. Der Schuss ging direkt in die Seele. Oh, der Arme. Was ist denn eigentlich gerade mein Ziel? Ich glaube, so lost war ich noch nie. Eigentlich suche ich ein Dorf oder eine Lava-Quelle. In einem Sumpf finde ich ganz bestimmt kein Sumpf. Wann patchen die denn endlich ein, dass man in Sümpfen auch Dörfer findet? Da könnte man noch so richtig coole Dörfer machen. Oder so Bergdörfer. Warum haben die das nicht? Soll die mich als Game-Designer einstellen. Kann man im Schmiedetisch nur Diamanten-Kram upgraden? Nur Diamanten-Kram. Hm. Ich hatte vorhin ganz kurz Neverride, bis es einfach wieder mir durch die Finger gerutscht ist. Hm. Mein Gerüst ist übrigens dissipiert. Wie sad, man. Mann, das Gerüst war so geil. Naja, im Sumpf finde ich jetzt eh nichts. Ich habe noch so viele Items im Inventar. Die Dia-Axt wird definitiv nicht direkt dissipieren. So, jetzt wird erstmal wieder das gemacht, was immer richtig schön geil ist. Das Dorfplündern. Mal gucken, ob ich hier vielleicht auch jemanden finde, der hier Archer ist. Oder wie das heißt. Also der Typ, der hier die Pfeile macht. Ah, hallo. Ich habe da eine Frage. Gibt es hier irgendjemanden, der einen ordentlichen Beruf hat? Juckt euch hier nicht. Ihr schreibt eh die ganze Zeit nur weg und gib und irgendwelche Sachen appearen und dissipieren in meinem Inventar, die ich nicht mal mitbekomme. Mein Crafting-Table ist schon wieder weg, oder? Alter, das ist mein 10. Crafting-Table jetzt. Wenn ich das in unterschiedliche Stacks packe, bleibt mir das dann eher erhalten? Blumenbiom. Trotzdem brauche ich eine Lava-Quelle. Ein Netherite-Block. Oh mein Gott. Was mache ich mir jetzt? Was mache ich mir jetzt? Ach nee, man kann damit ja nur Dia-Tools upgraden. Aber ich kann daraus Rüstung craften, oder? Oh oh. Kann ich auch nicht. Oh mein Gott, ich heule. Ui. Cool, jetzt habe ich eine Netherite-Axt. Habe ich mir hart erarbeitet. Ja gut, ich habe noch Wolle. Dann mache ich mir nämlich erstmal ein Bett. Bye, have a great time. Meine Netherite-Axt ist weg. Das schmerzt gerade so extrem. Haha, Logo. Jetzt haben wir sie endlich erwischt, deine blöde Axt. Reicht das schon? Ja genau, noch einen höher dann. Wo bekomme ich denn jetzt hier Gravel her? Könnt ihr mir nicht einfach Gravel geben? Du musst diese spezielle Bauweise machen. Oder warte mal, kriege ich das Portal eventuell an? Wie geht denn das? Es muss Feuer in den Dings rein. Es muss auf der Seite hier brennen, damit das Portal angeht. Oh geil, ich habe eine Redstone-Komparator bekommen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Alle Items gibt es im Ozeantempel. Ja nice. Da wollte ich schon immer mal hin in den Ozeantempel. Wo war ich hier vorne Eisen? Oh yes. Oh mein Gott, habe ich Glück. Hatte ich nicht mal Kohle? Na egal. Ich dachte eigentlich, ich hätte mal Kohle gehabt. Hm. Wisst ihr, der traurigste Moment vorhin war, als ich wirklich... Leute, stimmt, das Portal ist an. Ich bin's einfach! Es hat wirklich geklappt? What the fuck? Wie, 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 wie? Alter, bin ich heute lucky unterwegs. Das heißt, ich kann mir eine Eisenachst machen. Pass auf, ich gehe jetzt in das Portal. Und da ist instant eine Festung. Das sieht nicht nach Festung aus. Das sieht eher nach wieder richtig scheiß Spawn aus. Oh mein Gott, ich habe ein Bett. Vielleicht sollte ich einfach hier im Nether schlafen. Wie laufen wir diesmal? Ich glaube, die letzten Male sind wir nach Norden gelaufen. Davor Ost. Bitte greift mich einfach nicht an, ihr blöden Schweine. Bitte. Oh, Aquatisator. Kann man damit nicht unter Wasser so einen Bereich freimachen? Du bist einfach zu Wald. Manchmal frage ich mich ehrlich, was hier los ist. Stimmt, wenn ich Ender Augen bekommen würde, wäre das sogar noch krasser. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. So, mindestens meine Boots ready. Dann macht das schon mal keine Probleme. In welche Richtung laufe ich jetzt? Kann hier hinten einfach die Festung bitte sein? Jetzt einfach so ganz sporadisch. Hier komme ich gar nicht weiter. Alter, hier ist eine Wand. Kollegen, mal schauen. Gebt ihr mir vielleicht Enderperlen? Hier meine Festung? Ne. Ich vergesse die ganze Zeit irgendwas, weil ich da gar nicht drauf achte. Weil ich genau weiß, es könnte einfach verschwinden. Damit es mich nicht so überrascht, wenn ich es dann suche. Wisst ihr? Das ist meine Taktik. Diamantblöcke. Das würde gehen. Das würde ich akzeptieren. Ansonsten natürlich auch immer gerne gesehen Blaze Rods. Kennt ihr das? Wenn ihr manchmal so hier im Nether rumguckt und ihr seht so in der Ferne so zum Beispiel eingeladener Block und es sieht einfach aus wie so eine Säule und ihr freut euch kurz. Dann kommt ihr so einen Schritt näher und seht, dass das absoluter Bullshit war. Und versinkt einfach in tiefen Depressionen. Oh, die scheinen jetzt akku zu sein. Haben die das gecheckt? Die habe ich doch gar nicht gesehen. Okay, ich gehe lieber raus. Ich gehe lieber raus. Das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Uuuh, gerade noch rechtzeitig. Das wäre mein Ende jetzt gewesen. Ich wäre da safe draufgegangen. Ich habe immer Pech. Ich kriege nur diese Bastion. Wer braucht die denn? Ich habe nicht mal genug Eisen. Dann könnte ich den Goldblock da unten abbauen und damit mindestens traden. Na ja, Basaltdelta finde ich ja eh nichts. Das ist ja... Oder kann man Gold mit Gold abbauen? Nee, oder? Ah, yes. Oh mein Gott. Da habe ich extremst schnell reagiert. Das war ja hart. Ich habe mich schon tot gesehen. Hoffentlich sterbe ich nicht. Na toll, aber Lava drunter. Wie langweilig. Selbst wenn ich eine Festung finde, werde ich wahrscheinlich eh die ganzen Blazes verlieren. Nein, 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 nein. Mein Brot ist weg. Och, kommt schon. Ihr wisst schon, ohne Essen werde ich verhungern. Scheiß doch auf diese blöden Korallen. Yes, ich habe das Drachen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe also Minecraft offiziell durchgespielt. Seht ihr, ich habe es geschafft. Ich muss gar nicht mehr spielen. Es ist jetzt vorbei. Dadurch, dass mein Essen weg ist. Ich kann nichts essen. Ja. Geil. Ich liebe mein Leben. Holz, 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 Holz. Oh, Skelett, Skelett, Skelett. Oh, okay, gut. Wenn der mir jetzt in den Rücken ballert. Ist in der Gelände. Oh, nein. Okay, hier dahinter kommt jetzt die Festung. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Hier ist die Festung. Ich bin's. Ich bin's einfach. Oh. Ach, die Kleinen rennen weg. Ich dachte, die Kleinen sind dann auch akku. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der macht Turn des Todes. Oh, yes. So, jetzt kann ich mindestens wieder regenerieren. Auch wenn's ungebraten ist. Auch gebraten wäre das so geil. Gebraten hätte ich nie wieder Probleme, wenn ich das jetzt hätte. Meine Axt ist weg. Das war's. Ich kann nichts mehr tun. Ohne Axt bin ich geschmückt. Also bin ich einfach geliefert. Blazes mit einer Holzachs zu töten ist ja wohl mal das Schlimmste überhaupt. Ich weine gleich. Warum musste denn jetzt unbedingt die Axt disziplieren? Macht der Drachenkopf irgendwas? Hat das irgendeinen Effekt, wenn ich den habe? Greifen mich da irgendwelche Mobs nicht mehr an? Haben irgendwelche Mobs Respekt vor mir? Ach nee, hä? Was will ich hier machen? Hör so. Ja, man sieht mit dem Kopf sexy aus, aber er bringt mir nichts. Ah, hier ist die Festung. Wie viele Axt-Krits brauche ich? Drei Stück nur? Okay, Holzachs strong. Oh mein Gott, wie viel Glück darf man haben? Ach, das kann man ja nicht verbrennen. Oh mein Gott, aber ich habe ja noch das Holz. Oh, Achtung. Oh nein, jetzt brenne ich. Polierte Schwarzstein-Druckplatte. Wer braucht sowas denn? Hm. Ah, ich weiß, was ich mache. Hier packe ich jetzt erstmal gleich die Blazes rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genug, um mir eine Eisenpicke zu machen. Jetzt muss ich nur ganz schnell sein, bevor die auch disappeart. Okay, erste Rod. Hier ist halt kein... Kann nicht sein. Ah, meine Holzachs hat sich ja auch gerade verpiselt. Cool. Okay, denken wir mal kurz nach. Mein Eisen. Habe ich drei Stück? Habe ich noch Holz? Holz? Ach nee, meine Axt ist gar nicht disappeart. Ach, wir spawnen Zeug in der Hand. Ist ja richtig ekelhaft. Das kann nicht sein! Wisst ihr nicht, eine tolle Sache darf man haben. Warum ist denn hier überall Lava wie wack? Was ist das denn? Es ist so sad. Ja, indem ihr einfach weiter wegspampt, ist irgendwann mein ganzes Inventar weg. Nein! Ach, und hier wäre der Blaze-Spawner gewesen, oder was? Ah! Okay, wartet. Jetzt habe ich wieder Holz. Bams, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ah, ich habe nichts zu essen. Egal, jetzt geht's trotzdem ab. Jetzt verbrenne ich, 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 jetzt verbrenne ich. Nein, 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 nein. Bitte hab Gnadeserver! Oh! Eineinhalb Stunden Stream, ich bin gebrochen! Ein weiteres Mal habe ich Minecraft nicht durchspielen können. Weiß nicht, ob ich das noch einmal durchhalte. Nein, 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 nein.